In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, glaubt nicht jeder daran, dass sich Laura geändert hat. Es ist also ausgemacht. In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, gründen Laura, Chrysanti Kawasi, und Emily, Anne Menden, eine Eventagentur. Dein Konzept für Greta Haas ist wirklich super, genauso wie deine Vision für die Agentur. Ich wäre ja blöd, wenn ich jetzt einen Rückzieher mache, räumt Emily Lauras Sorge aus dem Weg. Dass sie ihre Zusage nur aus einer Champagnerlaune herausgegeben haben könnte. GZSZ, Emily und Laura werden gleichberechtigte Partnerinnen Laura ist überglücklich. Wer hätte gedacht, dass wir mal zusammen eine Firma gründen? Freut sie sich. Doch viel Zeit zum Feiern haben die beiden nicht. Diese Woche soll der Pitch fertig sein, also das finale Konzept mit der Kalkulation, erinnert sie. Obwohl das Kapital ausschließlich von Emily kommt, will sie. Dass sie und Laura gleichberechtigte Partnerinnen werden, auch weil sie sich dafür revanchieren will, dass ihre Schwägerin die 1,5 Millionen Euro in Paris einsetzte, um ihr das Leben zu retten. Mal sehen, wie lange ich diese Karte noch spielen kann. GZSZ Paul warnt Emily vor Laura. Während zwischen den beiden Frauen alles klar ist, zeigt sich Paul wenig begeistert von der Idee. Laura ist speziell und du bist, sagt Paul, Niklas Osterloh, mit deutlichen Vorbehalten. Ihr seid eine explosive Mischung. Doch Emily ist sich ihrer Sache weiter sicher. Das muss nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. So bewegt man Dinge, antwortet sie. Doch damit lässt sich ihr Ex nicht abspeisen. Laura hat schon ein paar krasse Sachen durchgezogen. Die Frage ist, ob man mit der Geschäfte machen will. Sag nicht. Ich habe dich nicht gewarnt. Wieder lässt sich Emily nicht aus der Ruhe bringen. Ich weiß, dass das alles riskant ist. Und dass das Ding leicht gegen die Wand zu fahren ist. Wir sind gespannt, ob Paul recht behalten wird. Schon jetzt steht fest, dass bereits der Kampf um den ersten Auftrag zum wilden Ritt wird. Denn ausgerechnet Katrin, Ulrike Frank, buhlt ebenfalls um den Auftrag von Greta Haas. Klingt nach viel Aufregung und harten Bandagen. Ob Emily dem gewachsen sein wird?